Heute machen wir eine kalte Strompräsentation. Ihr kennt das Video vom Jörg Hempel sicher. Gut zugegeben Jörg sein Kondensator ist noch größer als meiner. Seiner hat glaube ich nur 20 Volt. Daher geht bis 40 Volt und 47.000 Mikrofarad. Jedenfalls solche Schraubanschlüsse hat er, damit so viel Strom wie dann wieder rauskommt, dass die Kabel das überhaupt schaffen. Ja aber ich probiere das auch mal mit so einem ganz hauch fein dünnem Draht. Mal schauen ob es auch funktioniert. Ja als Quelle habe ich keine, ich glaube beim Jörg, ich muss mir das Video echt nochmal ganz genau angucken. Das mache ich jetzt so rein aus meinem Gedächtnis. Ich habe das Video, glaube ich, das letzte Mal vor einem halben Jahr angeguckt von ihm. Ich glaube bei ihm war es dann so, dass er irgendwie zwei tote Bleisäure Akkus als Quelle hatte sozusagen. Und ich habe hier zwei, die sind zwar nicht ganz tot, aber richtig voll sind sie auch nicht. Mal gucken, nicht dass wir einen Kurzschluss machen, das wollen wir natürlich nicht unbedingt, obwohl es kurzzeitig wahrscheinlich auch nichts ausmachen würde. Batterien halb bis viertelst voll, in Reihe geschalten. Ja dann mit dieser kleinen Ansteuerung dazu, Bedieningmotor mit Zündspule und Anzündspule. Energiesparlampenröhre und ein kleiner Spark-Gap dazu. Ja, so wo ist jetzt der Draht, der ist so fein, den sehe ich gar nicht. So, da ist der Draht, hier unten geht er hier an Ausgang, an die Diode ran. Okay, ja, mal schauen, was passiert, wenn wir hier einschalten. Gut, leuchtet, Plasma ist da, das geht auch wunderbar. Aber wie geht's? So, da ist Draht. Also Draht wird absolut nicht warm. Jetzt schon bei 10 Volt. 13, 14, 19. Okay, ja gut. Dauert schon etwas, aber rast ganz schön. 21 Volt und der Draht bleibt wirklich absolut kalt, nach meinem Empfinden. Ah, ist natürlich schwer, dann so richtig dran zu bleiben. Okay, bis 22, bis 22 kriege ich den hier. Also nicht ganz voll, ganz dasselbe wie beim Herrn Hempel scheint es also nett zu sein. Trotzdem, durch den Draht, so einen Kondi-Daten in der Zeit. Schon so nicht schlecht. Ja, und auch nicht schlecht, wie gut tote Batterien damit funktionieren. Also tote, halbleere Batterien. Schönes Ding. Ach ja, und hier ist ja auch noch ein Haufen LEDs, die blinken. Da könnt ihr euch ja mal zusammenzählen. Und ich glaube, vier LEDs sind auf so einem Stick drauf. Alles mit halbleeren 9 Volt Blocks. Ja, und mal gucken, ob jetzt hier auch, dass auch kein Fae-Kondensator ist. Wollen wir nochmal entladen. Ja, Plus und Minus ist jetzt erstmal egal hier. Und, los. Wow, das war schon ordentlich. Okay, so viel zum kalten Strom, wenn es denn welcher war. Genau. Ja, das war schon.